Ehrenwerte Soldaten, fürchten wir, die der Werden sehen uns nie auf uns warten. Einzel, so ist es, denn wir sind das kardianische Nachteil, die unendlichsten Männer und Frauen, die je die Sterne bereist haben. Kardia, unser Zuhause liegt zwischen den Sternen verstreut, doch werden wir nachgehen. Nein, denn wir sind die Vergeltung und wir werden jeden, der das Imperium bedroht, mit dem Tod bestrafen. Seid ihr bereit, im Namen des Imperators zu dienen? Seid ihr bereit, im Namen von allem, was gut und heilig ist, zu dienen? So, ihr Herzen, dann greift zur Stagnate Kardias und haltet sie empor, damit der Feind weiß, wer ihn richten wird. Feindlinge, ihr verleidigt den Stolz der Garde von Kardia. Ihr habt eure Brüder im Stich gelassen und Schande über euch gebracht. Eure Strafe ist der unehrenhafte Tod. Gut! Dudi! Dudi! Feuer!